Die Dentalban ist für uns ganz wichtig. Das ist ein Anlass, wo wir die Zahnärzte auch direkt treffen und unsere Innovationen vorstellen. An dieser Messe ist vor allem auch ganz wichtig unser neues Composite, das APT Composite. Wir sind ja als Hersteller darauf fokussiert, möglichst verträgliche Zahnfüllungsmaterialien und auch 3D-Druckmaterialien herzustellen. Und was noch nicht alle wissen, wir sind ganz intensiv, stark unterwegs in Sachen Innovation. Und wir haben mit diesem APT Composite unsere Strategie auch erweitert und vertieft und ein Composite entwickelt, das nicht nur diese kritischen Stoffe nicht enthält, die Allergien auslösen können, sondern auch bezüglich der Biodegradation durch Enzyme einen Faktor 10 besser abschneidet als sonstige Mitbewerberprodukte. Ein weiteres Highlight unseres Unternehmens sind die dentalen Kunststoffe für den 3D-Druck. Wir performen da also mit ausgezeichneten physikalischen Werten bei den Materialien mit Biegefestigkeiten von 150 bis 180 Megapascal, wodurch da der Einsatz im dentalen Bereich nicht nur für langfristige Provisorien möglich ist, sondern eben auch für den definitiven Einsatz möglich ist. Wir sind damit einmal mehr einen Schritt voraus. Achtung